In einer Pressekonferenz gab der Arbeiterkammerpräsident Markus Wieser die Leistungsbilanz für das Jahr 2013 bekannt. Und wenn wir heute über die Jahresbilanz aus dem Bereich Arbeits- und Sozialrecht berichten, dann bringt das eine doppelte Freude mit sich. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind wir doppelt gefordert. Einerseits dafür Sorge zu tragen, dass wir möglichst den Arbeitsmarkt stabilisieren, dass wir eine Situation vorfinden, wo wir einerseits nach wie vor eine hohe Beschäftigungsquote haben, aber auch eine hohe Arbeitslosenquote. Und genau das meist auch die Grundlage dafür ist, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht so angemeldet sind, wie sie eigentlich sollten, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Entgelt vorenthalten wird. Und das zeigt ja, diese Erfolgsbilanz, die wir zwar präsentieren, aber Schicksale mit sich bringt, dass wir rund 64 Millionen allein im Arbeits- und Sozialrecht für rund 165.000 Mitgliedern der Arbeit der Kammer Niederösterreich erkämpfen, erstreiten oder im außergerichtlichen Verfahren gesichert haben. Da freut es mich besonders, dass wir ja im Juli unser neues Servicebüro im Flughafen eröffnet haben können oder in Betrieb nehmen haben können. Wir merken, dass die Situation der Arbeitnehmer auch im Bezirk schwieriger wird, dass der Druck steigt. Und dadurch steigen natürlich auch die Anfragen bei uns und natürlich auch die Probleme, die dann durch Intervention gelöst werden sollen oder müssen. Und genauso gibt es eine starke Nachfrage, wenn die gerechten, also gerechtfertigten Ansprüche für die Dienstnehmer außergerichtlich nicht durchsetzbar sind, genauso um unseren kostenlosen Rechtsschutz, also über unser Rechtsschutzbüro. Was ich nur erwähnen möchte, die persönlichen, telefonischen und schriftlichen Beratungen waren im Vorjahr doch um 14 Prozent höher als im Vergleichszeitraum 2012. Wie sieht die Bilanz im Bezirk Burg an der Leiter aus? Ja, Sie haben vorher die Zahlen von uns bekommen. Wir haben im Bezirk Burg an der Leiter voriges Jahr eine steigende Bilanz gehabt. Allein die Vorsprachen, die telefonischen Beratungen sind um über 14 Prozent gestiegen. Das heißt für uns natürlich ein Mehraufwand in der Beratung, wo natürlich auch die Grenznähe eine Rolle spielt. Ungarn, Slowakei, Großstädte, die direkt neben unserem Bezirk liegen, die Mitte zwischen Bratislava und Wien, wir liegen genau in der Mitte, da haben wir natürlich viele Arbeitsplätze, wo die Leute bis Wien schwächert pendeln, aber auch bei uns arbeiten. Anlaufstelle sind dann meistens wir, da wir die nächste Anlaufstelle sind, für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die aus der Slowakei, aus Ungarn, bei uns in den Bezirken arbeiten. In dem Fall, den ich jetzt für den Bezirk Gensendorf präsentieren kann, geht es zwar weniger um die Überstunden, aber auch um einen Punkt, der uns sehr wichtig erscheint, nämlich um die Bezahlung bzw. die Bestätigung des Erhalts des Entgeltes. Der Bezirk Gensendorf ist stark geprägt durch Tschechien und die Slowakei. Wie hoch sind die Beratungen bei Ihnen an ausländischen Dienstnehmern in Österreich? Die Anzahl ist steigend, eben weil durch die Freizügigkeit sich sehr viele Facharbeiter auch bei uns im Bezirk jetzt Beschäftigung suchen und das große Problem, das wir halt immer wieder sehen, ist, dass durch den Mangel an arbeitsrechtlichem Wissen, sie oft Verträge eingehen, die rechtlich nicht so richtig oder haltbar sind. Machen Sie sich bitte zeitgerecht kundig darüber, innerhalb welcher Zeit Sie spätestens Ihre Ansprüche geltend machen müssen. Sie haben heute einen Appell an die Arbeitnehmer gerichtet. Nehmen Sie die Beratung in Anspruch in allen Varianten. Ja, das ist richtig. Wenn wir unsere Erfahrungen auswerten, muss ich sagen, es geht meistens nicht um Rechtsprobleme, sondern um Beweisprobleme. Das heißt, mein Appell an die Arbeitnehmer ist, machen Sie sich bitte über Ihre Rechte und Pflichten in dem Arbeitsvertrag schlau. Fragen Sie nach, stellen Sie sicher, ob Sie richtig angemeldet sind. Halten Sie vor allem auch unter Anführungszeichen Beweismittel fest. Machen Sie Arbeitszeitaufzeichnungen. Es gibt Verfallsfristen, die Ihnen die Geltendmachung Ihrer Ansprüche verwehren, obwohl Sie sie geleistet haben. Machen Sie sich bitte über Ihre Rechte kundigt. Fragen Sie am besten noch vor Konflikten nach. Das ist sehr viel wichtiger als nachher bei Gerichtes durchzustreiten. Uns fehlen oft die Beweismittel. Das ist sehr viel wichtiger als nachher bei Gerichtes.